Was ist anstrengender als gedacht, aber ich habe es gleich gemerkt. Dafür ist der zweite Torwart da, wenn er auf der Bank sitzt. Als ich gesehen habe, was passiert ist, war das Adrenalin sofort da. Ich hatte ein gutes Gefühl, das habe ich sowieso die letzten zwei Tage, da ich meine Wohnung habe. Mein Hund ist seit gestern auch da mit meinem Vater. Von daher war das, glaube ich, ein ausschlaggebender Punkt für ein gutes Gefühl heute. Grundsätzlich war es eine Wahnsinnsleistung von der Mannschaft, da muss man nicht drum herumreden. Ich habe jetzt hier gerade rechts gehört, ob das ein Schritt zurück war, keineswegs. Für mich war es sogar ein Schritt nach vorne, weil wir unglaubliche Moral bewiesen haben. Man wird da nicht immer belohnt. Das ist nun mal so im Fußball. Das war ein Duell auf Augenhöhe und wir hatten nun mal die längere Zeit auch Unterzahl. Von daher ist es sehr, sehr ärgerlich, weil den Punkt hätten wir uns mehr als verdient. Aber es ist jetzt im Moment halt so. Und ja, ich denke, wichtig ist jetzt regenerieren und dann, dass wir dann am Mittwoch extrem frisch wieder zu Werke gehen. Wir haben letzte Woche gegen die gespielt. Von daher wissen wir auch, dass wir da wieder eine Top-Leistung abrufen müssen, was wir aber auch werden. Und dann, denke ich, werden wir das Spiel auch positiv gestalten. Und auch wenn man weiß, man hat immer auch äußere Einflüsse, von denen man vorher nichts weiß. Tja, es war los, glaube ich, dass wir heute eine ganz gute Leistung braten haben. Ich glaube, wir waren mehr als ebenbürtig heute bei der Austria. Wir haben sehr viele Chancen gehabt, die haben wir nicht genutzt. Wir haben dann einen Elfmeter gekriegt, glaube ich, gegen uns, der war sehr strittig war. Und ich glaube, beim Wujer hätte er einen Elfmeter pfeifen können, was aus meiner Sicht ein klarer Elfmeter war. Dann hätten wir da unten entschieden gespielt und das hätten wir zu 100 Prozent verdient gehabt heute. Ja, zeitweise katastrophal, muss man sagen, leider. Aber die Tore, die wir gekriegt haben, hat uns nicht der Schiedsrichter geschossen. Die haben uns die Austria geschossen oder teilweise wir selbst geschossen. Das haben wir der Austria zu einfach gemacht. Aber über weite Strecken des Spiels, glaube ich, waren wir sehr kompakt, haben wirklich wenig zulassen und haben heute, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht, aber trotzdem keine Punkte. Ja, so gut wie möglich regenerieren, schauen, dass der Körper wieder in Betrieb kommt und dann möchte man natürlich am Mittwoch eine Runde weiterkommen. Ja, das ist gleiche, was du sagst. Wir haben verloren und wir haben ja trotzdem eine gute Leistung. Also was heißt eine gute? Ich glaube, eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Aber trotzdem ist es irrsinnig bitter. Ja, ich glaube natürlich, dass schon einige Entscheidungen vielleicht ein bisschen fragwürdig waren. Ganz klar, was jetzt beim Elfer war, kann ich nicht beurteilen, geht. Da bin ich zweit weg und ich habe auch noch nichts gehört. Aber nichtsdestotrotz, wir haben trotzdem wieder Chancen am Fuß gehabt. Wir waren in den letzten Spielen brutal konsequent vor dem Tor und dieses Spiel leider nicht so. Und okay, jetzt geht es weiter, aber nochmal auf die Leistung können wir wesentlich gestult sein und für Mittwoch auch, glaube ich, aufbauen jetzt auch. Ja, ganz klar. Gut regenerieren und dann ganz gleich probieren aufzutreten, so dominant wie heute. Und dann werden wir auch hundertprozentig weiterkommen. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Nachmittagsspiel um 16.30 Uhr. Das ist der Publikum von Graz gegen Jörgke Austria-Wil. Ich darf den Gästetrainern, den hat Benitzer, beklüssen, dem gleichzeitig zum Sieg gratulieren. Und unseren Trainer Dago Widenitsch, den hat ich der Technik erbeten, das Spiel zu analysieren. Ja, danke schön. Ja, okay, wir haben uns heute gespielt gegen einen sehr starken Sturm, vielleicht der beste Sturm in dieser Saison. Natürlich haben sie uns erwischt nach einem Spiel, wo wir uns wirklich ausgelehrt haben, körperlich und mental. Und zusätzlich haben sie tolle Leistung gebracht und deswegen war, wie erwartet, ein sehr schweres Spiel für uns. Haben wir große Glück gehabt. Dieses Glück haben wir im letzten zwei, drei Spiele zu Hause nicht gehabt. Heute ist zurückgekommen und bin natürlich sehr froh, dass wir gewonnen haben. Und dass wir die Jungs wirklich 95 Minuten körperlich sehr hart gearbeitet haben. Danke, Dago. Gratulation zur starken Leistung. Ich darf dich bitten, den Redner. Das war wirklich ein sehr gutes Spiel von unserer Seite gegen starke Gegner, gegen Meister. Das ist wirklich ein enormer Schritt nach vorne, was habe ich zuletzt gesehen, auch heute. Die Fans haben das gespürt, die waren mit uns. So eine Mannschaft möchte ich sehen, auch in Zukunft. Aber eine Mannschaft, die, klar, die kriegt kein Tor. Weil leider haben wir zwei Tore gekriegt und gehen wir nach Hause ohne Punkte. Leistung war okay und bin im Prinzip nur mit Resultaten total unzufrieden. Ansonsten mit Einstellung, mit Mut. Wir haben die gespielt, auch mit einem Mann weniger. Das war alles okay. Darf ich mal erfahren? Was mir aufhört, ist, dass die Mannschaft von Schülker als unmittelbar nach Gegentreffen ein wenig zurückfällt. Sind Sie das auch so? Wie noch einmal? Nach Gegentreffen? Wer ist das Gegenteil von Rosemeyer? Vielleicht, aber ganz kurz. Das ist auch im Prinzip normal, dass es, wann passiert ein Fehler, dass du so unruhig bist. Weil die Mannschaft hat hinten im Prinzip nicht so extrem große Erfolge. Das bedeutet, dass es nicht extrem psychisch stark ist und kann passieren. Da bist du einige Minuten da vielleicht ein bisschen ruhig. Aber in der gesamten Mannschaft habe ich wenig Phasen gesehen, wo waren wir schlecht. Ich habe Sturmmannschaft gesehen, die war sehr gut. Was ist das, was komisch war in der ersten Halbzeit? Ich habe gesagt, ich rede mit dem vierten Mann, aber wirklich korrekt, ohne. Und ich rede aber mit meinen Mitspielern sehr laut, ist klar, weil die sind weit weg und so. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, noch einmal, da sage ich was, fliege ich weg. Aber ich habe kein Wort zu ihm gesagt. Das bedeutet, das war vielleicht alles zu viel für ihn. Einfach zu viel. Vielleicht zu diesem Thema, da Wolf sagt, die Schiedssektorinnen und Richter sind sehr arrogant. Man kann mit ihnen überhaupt nicht sprechen. Kannst du das bestätigen? Ich finde, das war der vierte, sehr okay. Der vierte war ohne Fehler. Ich habe sehr nett gesprochen mit mir, kein Problem. Aber wirklich, ohne Spaß. Danke, du kennst mich gut. Ich kenne mich schon seit Cetlanion-Zeiten. Deswegen bin ich jetzt großer Freund von mir geworden. Aber ich habe gleich Erfahrung wie du, das erste Mal. Ich habe nur Scheri, vor allem. Kein Kommentar. Bitte schön. Ich frage an Herrn Milanić mit dem Blick voraus. Es hat wohl eine englische Runde mit dem Klappstuhl und dann mit dem nächsten Offenblick in Kitzbuk. Mit ein paar Umstellungen in der Wand zu stecken. Für den Mittwoch sind wir heute ein rechter Kreck gehauen. Auch mit viel Einsatz und Fleißfleisch. Es ist klar, das hat uns dieses Spiel viel Energie gekostet. Aber wir trainieren fleißig. Das ist dann am Mittwoch wieder kein Problem. Wiener Neustadt hat auch ein Spiel. Diese Wochenende, das bedeutet, da sind wir im Prinzip gleich belastet. Und es ist aber fraglich, wie sind die Jungs oder sind wir gesund oder nicht. Na, so ein Spiel ist immer was möglich. Wir haben wirklich viele Ausfälle. Ich weiß es in diesem Moment nicht. Vielleicht. Ja, wir haben auch nicht viel zum Ausfass. Aber schon in der Verteidigung sind alle gesund. Gott sei Dank alle Spieler, die wir für die Verteidigung haben. Aber im Mittelfeld und im Mittelfeld sind die grosse Ausfälle. Also Bursic ist draußen, Brünnwald draußen, Gorgon draußen, Oetestankovic, Piridionovic, Roja. Ja, außen sind wir sehr, 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 sehr wenige Spieler haben als Verfügung. Aber wir werden schon was uns einfallen lassen und hoffen wir natürlich auf eine tolle Leistung am Stabil. Aber wie gesagt, das ist das vierte Spiel in zehn Tagen. Und dann kommt Armira, dann kommt wieder Zenic Spiel, dann Salzburg Spiel. Das ist ein schweres Programm, drei Wochen, sieben Spieler. Aber wir wollten Champions League spielen, deswegen haben wir das überlassen. Ich gewinne sehr gerne, aber ich habe so wie alle einen guten Sturm gesehen, einen sehr guten Sturm. Und das ist okay, wir müssen aufbauen, so eine Leistung, ja, ist okay, aber Niederlage ist trotzdem nicht okay. Nein, ich möchte ein Kompliment machen zu Sturm, wirklich, man sieht man die verrückte Arbeit von Darko. Und Tag zum Tag ist die Mannschaft besser geworden und natürlich ist keine Trainer, keine Trainer, nicht einfach, ich habe auch schon eine schwere Situation gehabt. Und ja, kann ich sagen, dass wir so eine schwere Spiel in dieser Saison nicht gehabt haben. Und heute nur mit Glück gewonnen haben. Dann glaube ich, das waren die richtigen Abschlussworte. Dann haben wir für's kommen. Vor dem Cupspiel wird es kein Medienbriefing geben, aber eine Aussendung mit Statens. Ich rufe auf dem Kupspiel filmen. Vielen Dank.